Was gibt es Schöneres, als einen Derbysieg zu feiern? Dabei hat es für die Roten Teufel Bad Nauheim im Spiel gegen Kassel anfangs gar nicht so gut ausgesehen. Noch keine sechs Minuten waren gespielt, da lagen die Nordhessen bereits in Führung. Und nur 40 Sekunden später haben die Schlittenhunde sogar noch einen draufgelegt. Kassel schnell mit der 2 zu 0 Führung. Und sie hatten sogar noch die Chance, in Überzahl auf 3 zu 0 zu erhöhen. Doch die Teufel erkämpfen sich die Scheibe, der Konter war unterwegs und sie erzählen den Anschlusstreffer und das in Unterzahl. Knapper Rückstand zur ersten Pause, Trainer Kujala musste sich etwas einfallen lassen. Doch egal was es war, es hat geholfen. Im zweiten Abschnitt spielte Bad Nauheim deutlich besser. Und wenn man dann nicht weiß, wohin mit der Scheibe, einfach mal aufs Tor. Und Kassels Schlussmann Keller sieht hier alles andere als gut aus. Kassels Trainer Rossi reagiert sofort und setzt Keller, den früheren Torhüter der Teufel, auf die Bank. Sehr zu seinem Unmut. Der Torwartwechsel allerdings änderte nichts am Torhunger der Kurstädter. Im Fallen erzielt Nuredin Bettehaar den Führungstreffer. Der Jubel umso ausgelassener. Ja, ich habe lange nicht getroffen. Und das ist mein neues Team. Die Saison hat bekommen. Und als Stürmer wollen wir immer treffen. Das ist einfach so. Ich bin glücklich, dass es heute geklappt hat. Jetzt waren die Teufel so richtig in Fahrt. Nächster gefährlicher Angriff. Und nächster Treffer. Bad Nauheim erhöht auf 4 zu 2. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die zweite Pause. Und diesmal war Kassels Trainer gefordert, sich etwas einfallen zu lassen. Kassel blieb aber ohne Erfolg, blieb ohne Tor und nahm kurz vor Ende des Spiels den Torhüter vom Eis. Bad Nauheim allerdings kämpfte und befreite sich und erhöhte sogar auf 5 zu 2. Zwar konnte Kassel noch einen nachlegen. Das änderte aber nichts am ungefährdeten Sieg. Ich glaube, wir haben sehr hart gearbeitet. 16 Minuten lang. Wir wollten das wieder gut machen vom Freitagsspiel. Wir haben da eine Klatsche bekommen und wir wollten auch zu Hause wieder zurückkommen. Es war ein Derbysieg. Die Zuschauer haben uns gepusht. Und wir haben einfach die einfache Dinge gemacht. Und deshalb verdient gewonnen auch. Mit diesem Erfolg grüßen die Teufel nun von Platz 6 der Tabelle.